Ich hab T-Man! Ah, hier ist Sven! Das ist doch easy. Machen wir jetzt, ne? Jetzt hast du die Erfahrung durch hier Trailerpark. Ja, klar. Aber jetzt machen wir das. Oh, hier ist Sven, kannst du suchen. Sag dich doch. Sag doch, ich mach das. Was? Genau hinlegen, ich versuche zu beschützen. Achtung, Beschuss von rechts. Flieger Hoffmann. Mit deinem Gabelstabler quasi. Oh, Gott. Oh, da. Halt, jetzt. Oh, shit, Juden! Das ist nix. Er ist tot. Oh, Gott. Ja, hast du? Ja. Geil. Geil. Ab, ab zu elf. Oh. Schleppig, raus hier! Oh, ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ich hab um und ab geheben. Oh, man darf echt nicht kurz looten, ne? Ah. Alles klar. Ah. Alt T. Full. Alles klar. Natürlich kannst du das nicht looten. Oh, oh. War das ein Spieler oder war das ein Scarf? Fuck me! Bin tot. Ich hab nix getroffen, ey. Scheiße. Mit da keinem. Das muss man es denken. Ah, das fühlt sich wie ein Spiel an. Weiß ich aber nicht. Oh, man ey. Es hab ich schon spiele. Wenn er sein kann. Ich hab noch. Ich will direkt wieder zu Trailer Park und diesmal mal Müllert. Verdammt! Wir sind nicht bei Trailer Park, ich bin nicht bei Trailer Park. Ich bin bei der Chambers. Ich bin nicht bei Trailer Park. Äh, ich bin auf der Straße! Aber du siehst, ja, auf dem Brembo die Garage da sind. Ich muss jetzt mal gucken, ey. Aber wir sind neben Trailer Park. Geil. Ich bin bei der Mauer mit dem Loch. Wo wir das erste mal reingekommen sind. ja ich bin um die ecke was heißt um die ecke ist auf dem gelände vor dem eingang stehe ich ich kaufe links da ist es ja sollen wir den holen oder ich habe eine pistole ich weiß nicht was ich für okay straßentor oder skattkontrollpunkt hinter uns waren spieler oder ja da hat sich glaube ich gebückt bewegt geprüft gewirkt also weiß lkw ich weiß nicht wie man hier finden kann oder geht es überhaupt das kann du rechts und links um ich habe es in der feuer bist du da gut dass wir aber nicht direkt aufeinander geschossen haben ich habe mir gemerkt wie du aussiehst blaues gebäude wie ist er da so schnell hingekommen der ist immer noch da auf der anderen seite ich habe doch getroffen die waffe ist scheiße wo ist er denn jetzt wobei direkt hier er kann genau eine container rumgelaufen was ich habe ihn getroffen aber er kennt natürlich gar kein was das überhaupt für dumme waffe gewesen es gibt keine scheiß waffen aber ich hatte noch eine waffe und munition ich habe schon ich habe zwei waffen und eine pistole ich habe jetzt nämlich die shotgun den man abgeben muss soll man auch machen wenn man 0,001 kommt kammer hat ich weiß nicht mehr von wo das war einfach da war einfach jetzt nach dem kampf so wie ich damals hat mich getroffen ok wir sind gern was wir ganz links ist und er rennt direkt los als der full auto mit b kannst du übrigens ja jetzt wird gekotzt und sich also das gerade war ich es liegt achte du bist ja ganz hinten ja und noch einer kommt noch mal nach kommt noch ist ein container drin ok der ist weg gerannt bis dem nachladen ja alles gut in die ecke habe ich habe ich habe schon sage ich mal ok ich bin angehettet ja dann bleibt unten ich kann den weg liegen ok da kann ja entweder nur links oder rechts raus down ok das ist froh aber ich habe kein muni mehr ich kann einmal rüber auf der brücke ist tot ok schütze was ihr rechts von uns ich habe keine Ausnahme mehr ich hab da nicht ich habe nicht schätzt ich habe nicht aber einfach ich hoffe es nicht ne was denn was wenn ich machst du sie habe ich getroffen aber liebst noch ja ich bin komplett rot er wurde sind okay bist du hoch gelaufen ja ich bin noch nicht bin noch weiter links lang gelaufen quasi sehen dann bin jetzt oben okay warte ich mal hoch bei den containers bin ich ja warte ich sehe dich das nicht mehr rennen mit meinem bild ist ja auch ganz rot man merkt es dann müssen leichte beutel aber rausgang restverlusten spieler ich denke ich mache es mal gut ich versuche es machen ja das ist gemacht was waren das vereine das ist ein paar gehabt der easy das tue was aber betont mehr man hat mir gegeben ok aber nicht gestorben bin dann ich bin am sound ich warte auf sitzungsstart ich bin ich glaube ich bin am skip bist du bei so ein elektromast irgendwie stück genau davor glaube ich mal zu dir so was ich glaube da drunter weil das sind wie so ein boker gebäude da der gelbe master von rechts bei dem cinema wurde was sie gleich geschossen ich habe nicht auf uns hast du es auch gesagt und ich hatte ein paar kugeln im arsch du ich ja nicht das ist alles schwer so krass bewacht ja dass die schule halt diese däten hier ist das ist schule viel spaß warte zick zack zick zack wuschel auf die geschossen vor allem so weit weg war das nicht akkurat auch in die richtung einfach laufen können wir haben quasi zwei minuten verschwenden fach wird dort direkt vor uns war das okay ich lebe doch direkt das ist das ist einem spieler der rote voll mit zu auf was ist denn schau mal geil habe ihn der gündig sind an dem was der spieler vorhaben das wo waren wir auf der karte mitte mitte was war das noch mal für ein haus das auf der klippe steht ich habe gerade echt kein platz schimmer wo wir sind beziehungsweise wo ich bin es ist power oder bin ich jetzt besser stellt mir was das ist das glaube ich nicht was das belastend wenn man die karte überhaupt nicht kennt und hier sind gleise hier in die gleise habe ich was gefunden ja ich habe tatsächlich ein extra zuerst gefunden das habe ich so jawohl gekommen das ist geiler scheiß ich habe die da hat ab zu elf muss ich auch zu elf ja ich glaube ich muss auch zu elf okay wir sind nicht bei wir sind leider wir können noch hin zum trailer pack sind zettel also was ist der container laufen und von dauer dann auch die anderen waren die geballen dann händen zurecht oder kommt aufgrund rechts vom ausgang gestartet werden sehr nicht sehr direkt bei dem autos es ist es ist die art ist das kacke sniper treppe alles klar 23 oder kamera punkte ich bin unten bei der treppe ich weiß auch wo die kammer buchertür ist drei minuten aus wenn wie drei minuten noch nach drei minuten das zeit um wo bin ich denn überhaupt okay wer hat was gesagt habe ich auch ganz leise gehört bei mir ist das ganz laut ich bin tot ist hier kommen besser als er war der ausgang war offen ich bin einfach durch gerade aus 44 sekunden gebraucht im leben aber eine gute finale runde leute fürs einstellen das war ein schöner abschluss mit factory die richtigen leute haben überlebt haben sie reinschauen so 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 so